Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lord of the Fallen. Ja, ähm, tja, wie ihr hört, ich bin momentan ziemlich angeschlagen, also quasi heiser und auch erkältet, unterpusten, schnupfen, die üblichen Beschwerden, die man halt im Winter so hat und ich hoffe aber trotzdem, dass ich das hier einigermaßen durchziehen kann. Und wir sind immer noch dabei, unsere drei Brüder hier zu vernichten, äh, unsere drei, genau, zählen kann ich auch nicht mehr, ich sehe schon zumindest einen doppelt. Also, ähm, ja, wir sind immer noch dabei, unsere zwei Brüder Blitz und Feuer zu besiegen und ich hoffe, dass wir da mal langsam zu einem grünen Zweig kommen, weil so lange habe ich selber keinen Bock mehr drauf. Also, ich schmeiße mich direkt ins Getümmel und sofort geht die Rennerei los. So, mal gucken, unser erster Gegner ist, das ist wie das Feuer. Und ich wollte die Zaubertaktik fahren beim letzten Mal. Und ich bin gespannt, wie weit ich diesmal komme. Mit meiner Reiserkeit. Er schießt jetzt wieder auf was ganz anderes, der Bruder ist wieder viel zu nah. Ja, leider geht es jetzt dahin her, dass ich andauernd mal gelinglichen Hüßsäcken vor mir lassen muss, aber das lässt sich leider nicht vermeiden. Das tut mir auch sehr leid. Ja, komm. Und jetzt wird der nächste Bruder geblitzt sein. Keine Blitz. Komm. Zauber ist nicht, ne? Also, wenn der einmal zu langt, da wächst kein Gras mehr. Und schon ist die Nummer auch wieder durch. Ja, ich muss die echt von da trennen, das bringt so nütz. Wenn die zu nah aneinander stehen. Das昨 Tag ist nicht, wer das vielleicht hat. Weil ich sie確ckige Ellern gemacht. Das troop dazu nie. Und dann setzen sie mit dem uns auch her. Und wenn's die Karten diese Indianische Martinisch hierارst charity sein. Und jetzt ist die heißt. Pfeifen, er ist ein Karten auf zurückρόust. Also mit der 하면서段 der ganzen normale Graschlieden oder soáste Handelwürfe Profлиizione? Und dann Reportschausate psychische Lожst represelte Hinweise zu inflowieren. Und dann haben wir vielleicht auch seitdem das constitute. Und wenn's jemand so gut ich sch academ七 $24 ist. So, Stoffelwechsel. Blitz ist dran. Ich kriege die da glatt an von der Seite. Ahem. Ob das immer so funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Cool wäre es auf jeden Fall. Wenn man einmal so antäuschen würde, als ob man dem zu nahe kommt. Wäre auf jeden Fall cool. Das ist natürlich nicht der schnellste Zauber, ne? Na, komm. Ah, nein. Fehler. Muss weg. Muss der andere. So, komm, komm, komm. Das wäre jetzt meine Chance gewesen. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Nein. Das war doch so ein guter Lauf. Nur weil er diesen scheiß Trank jetzt nicht getrunken hat. Ich habe die ganze Zeit auf X gedrückt. Aber er hat diesen Trank nicht getrunken. Das ist natürlich ärgerlich, wenn die Technik nicht funktioniert. Ich schiebe es einfach mal auf die Technik. So, auf ein neues. Och, ey. Jetzt ist mein erster Freund. Ah, will die Anna. So sieht mein Plan aus. Im Großen und Ganzen. Mal gucken, ob es ein gewisser Feuertyp ist. Ein gewisser Feuertyp. Ah, die Blubazelle. So. Dann wächst ich denn jetzt auf Blitz? Was ist denn das für eine Schose? So, mach dein Feuerzeuger. Komm schon. Ich hoffe, dass ich die Kacke hier auch ziemlich bald mal packe. Dass ich dann auch wirklich selber keine Lust mehr drauf habe. Und das gebe ich offen zu. Aber dieser Kampf wird langsam echt lange ab, nicht? Aber ich kann ja nichts dafür, dass ich nie bin. Und so, wieder mal ein Bruderwechsel. Wow. Auah. Ich denke, ich habe den Kopf nicht kommen. Wo der hinlank, da wächst kein Gras mehr. Der Zauber ist nicht bereit gewesen. Hat der noch gecastet? Hat der noch gecastet? Ich weiß es nicht. Der hat nicht gecastet. Schade. Und tschüss. So, momentan erweist... Aua. Aua. Der Feuerbruder als der leichteste. Das scheint sich nur ein bisschen Geduld zu zeigen. Aber der muss halt weit genug von seinem Bruder weg sein. Aua. So, Bruderwechsel. So geht es massiv in die Hose. Warum cardstet der Zauber nicht, das frage ich mich. Massiv. Oua! Ja gut, 1-2 Schadenspunkte gibt es noch mit, das ist auch nicht schlecht. Jetzt kommt der Firebrugger wieder. Ja wie gesagt, keine Chance beim Bruder in der Nähe. Komm, mach was raus. Hm. Das war ja keine gute Runde. So gar keine gute Runde. So Herr Blitz. Wie der zu haut, ne. Ich glaube ich versuche mir gleich nochmal was. Jawohl. Wenn ich mir noch was leichteres anziehe, dann ist das recht Sinn so, wenn der einmal zu haut. Das ist auch nicht das wahre. Allerdings wäre ich dann schneller. Ja. Man darf der auch nicht einmal zu hauen. Jetzt ist der schon wieder weg. Das hätte ich mir sparen können. Feuer, 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 Feuerbruder. Oha. Oha. Nur 4. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Komm, Feuer, Bruder. Make it fire. Okay. Ruhig ein bisschen warten, bis man sauber aufgeladen ist. So jetzt. Ja. Brenne. Ich brenne. So weiter geht's wie witzig. Witzig witzig. Witzig witzig. Aua, 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 aua. Jetzt geht in die Hose. Aua, 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 aua. Der ist zu schnell. Der ist einfach zu schnell, der Gute. Okay. Der wüttert nie, was? Der Bruder ist zu nah. Der Bruder ist zu nah. Der Bruder ist zu nah. Das geht so, dass wir nicht hinhauen. Ich habe sie zwar weiter auf die Hälfte runter, aber ich habe zu oft was eigen gesteckt. Ich habe den noch gecastet. Ich habe den noch losfliegen sehen. Ich habe ihn mit dem. Und jetzt kommt es? Jetzt ist sie wieder weg. Und wieder Vollviro. Ich weiß nicht, ob die Blöderchen zu nahe ist. Woher muss ich noch mal in den Zauber stecken, Kollege, ey? Schluck, du Luder. Nein, jetzt nicht! Jetzt bin ich tot. Ich glaub's nicht. Ich krieg es einfach nicht hin. Es haut einfach nicht hin. Es ist unglaublich. Ich weiß auch nicht mal, was ich machen soll. Außer es einfach versuchen durchzuziehen. Aber ich glaube, da mach ich in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, wir haben es echt bald geschafft. Ich kann nämlich nicht mehr. Auf jeden Fall sag ich bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.